Hallo Leute, Dr. Willi. Genau das. Mache weiter. Dr. Willi, der kann mir sonst so vorbeigehen, um ehrlich zu sein. Alter, was war denn das? Grauenhaft im letzten Part. Da sind wir Gegner links, da ist es begegnet. Das war ja grauenhaft. Das sage ich dir. Oh, davon müssen wir uns auf jeden Fall erholen. Deswegen skippe ich einfach diesen Willi. Ganz ehrlich, meine Nerven haben das nicht mitgemacht. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Wo ist unser FM-Boy? Genau, da ist er. Okay, let's go. Oh, Serenio. Oh, ich hätte... Ja, ma, bla. Ich hätte vielleicht letzten paar gucken sollen wegen Helfer-Trufe, äh, nicht Helfer-Trufe, wegen Items oder so, dass wir ein bisschen nützlich werden, aber... Oh mein Gott, ich war so genervt davon, von Willi und von dem davor. Ich hätte keine Lust mehr, den Willi zu machen. Nee, Willi willst du wissen, du wärst richtig, der hat es richtig gewissen wollen, den letzten Part. Was ist hier, Akira kommt so einfach aus? Okay. 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 Porygon? Porygon. Wie geil Porygon ist. Wie geil. So, aber... Bob man! Wie war's jetzt? Was ist das für eine Dungeon, Alter? Die spammen ja alle. Ja, kommt davon. Kommt davon, wenn man Bomben spielt. Das kommt davon. Willis Schloss. Ja, Willis Schloss. Genau das. Hallo, wer bist du? Haben es verlaufen? Ice Climbers! Ice Climbers, wie nett. Really? Hm, das ist aber groß. Ach, auch mit Kraftpunkten wieder. Was? Warum? Scheiß Map da. Die hat's auch nicht abgesehen. Okay. Manchmal, es gilt alles, manchmal geht's einfach. Keiner weiß. So, einmal wieder öffnen, bitte. Tor 3, danke. Oh, Tor 4 musst du noch öffnen. Kann wahrscheinlich oben rechts durch. Okay. Willi, du Asshole. Oh, yeah, oh, yeah. Heave it in stones. Oh, Maxisnack, korreinio. Oh, you know this. Krendelzageee. Hey, wo hin? Au. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, no. Elektro-Boden. Elektro-Boden. Die Musik ist geil. Ach so, da wird sogar dir empfohlen. Siehst du das? Schau mal, das hab ich... Da, hier auch. Ich hab mich nur noch noch mit. Oh, je, oh, je, die Revolve-Aux... Bla, bla, bla. Starkstromgefahr. Ach echt? Junge, sucht mich nicht. Komm runter! Mach deine Barrier, komm. Du bist im hinterher, Junge. Ich brauch's mit dir. Frech. So. Prinz of Sablé, oh leh. Du bist Torfjörfer in deinem Job. Okay. Ja, ich habe dich getroffen. Genau. Warte mal jetzt. Okay, hier kommen wir zum Gegner. Da oben links hat er noch irgendwas. Ja, jetzt gehst du mal. Da oben links ist noch ein Kämpfer, den wir befreien müssen. Ey, ich habe mich verlaufen. Sorry. Noch fünf Bedürfnisse, danke schon. Danke. Jetzt befreien wir mal unseren Kämpfer da oben. Wer ist da oben, was denkt ihr? Ich habe... Ihr habt schon Megaman. Rob. Rob wäre cool, wenn Rob da ist. Rob, bitte. Kommen Sie, kommen Sie nach Hause? Willi. Oh man, Gott. Erst mal die Stones. Oh, doch nicht. Ist Megaman hier? Was ist das? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Warum ticken die schon wieder so? Warum ticken die schon wieder so? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Was ist denn? Nerv nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich einen Tag machen. Warum tippt mich schon wieder so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Geister! Ich suche gerade, ich habe vergessen, wie der Name ist, von diesem Reflektor. Wer hatte das? Wer hatte diesen Reflektor? Wer hatte diesen Reflektor? Wer hatte diesen Reflektor? Oh nein! Gewonnen, ich bekomme nach dem Game, ey, nach dieser Darstellung bekomme ich graue Haare, was war denn das, was war denn das, was war denn das, und wer ist hier, BD, BD, wer ist da, ja, Solid Snake, alles klar, bis gleich, ja, Solid Snake habe ich auch nie gespielt, ne, ne, was tut's doch so, da muss ich mal allein nehmen, ne,... Messer in dein Rücken. Oh Gott, wir sind nicht mal beim Endgegner, oh mein Gott, jetzt gehen wir zum Endgegner. Bin ich so drauf geschwunden, was der uns für Backpfeifen verteilt. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Hey! Ich brauche auf jeden Fall Defense. Ich brauche auf jeden Fall Verteidigung. Sonst komme ich weiter, ganz ehrlich. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, Willi, bleib du mit fern. So, jetzt bin ich aber gespannt, was für ein Endgott-Gegner kommt. Ich glaube, eigentlich so von der Megamine-Arena. Doch nicht. Das ist auch so wie ein Digimon. Hä? Ah! Galleon, Mann! Galleon! Das ist ja echt aus wie ein Digimon. Oh je, oh je, das wird was. Oh mein Gott. Das wird was. Ich sehe es dann. Und wir brennen dann runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Sauer. Oh! Wer macht den Planks aber? Was geht? Oh! 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 Der war Gottseidank relativ easy. Also Halleluja. Puh. Der war Gottseidank easy. So, Mann. Ich hatte da keine weiteren Nerven da nochmal zu eskalieren. Whatever. Oh je, oh je, Leute. Diese Dungeon, die hat mein... Oh mein Gott. Soll ich... Schlimmste Erlebnisse in meiner Gaming-Karriere. Darf ich jetzt raus, wo das geht ab? Jetzt bin ich schwarz, was abgeht. Hallo Solid Snake. Ist das noch da? Ja. Alles Klamstern. Okay, tschau. War es jetzt sauer oder was? Oh. Das war's. Okay. Cool. Das war's. Cool. Das war's. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Ähm. Das hat Spaß gemacht. Wie komme ich nicht mehr her? Auch nicht wegen diesem Willi. Die Ratte, die Willi. Willi will's wissen. Ja, ja. Willi will's halt legit wissen. Endlich sind wir draußen, Freunde. Endlich. Wo geht's ab jetzt hin? Das ist die nächste Frage. Einfach mal nach oben, würde ich sagen. Let's go. Oh, so raus hier. Keine Lust mehr. Oh, so raus hier. Keine Lust mehr. Okay. Wo ist eigentlich... Und? Wo ist eigentlich der blaue Schalter? Das war ich nicht ganz. Naja. Äh? Lol? Was ist denn los hier? Ist das Sandman? Schlafboden. Mir Wurst. Komm her! Ja! Oh je, Batterieleistung ist da. Viel Schlaf, Junge. Was? Guck mal. Agchipa fallen! Musst du erstmal deinen Fuß raussingen von dieser Dungeon? Was sah denn das mit Megaman? Oh mein Gott! Oh Gott, diese Mega Man Dungeon, oh je. Komm her. Geil, Little Mag. Und Little Chao. Ja, so nice. Little Mag, Alter, wie geil. Ippo Makro haben wir freigeschaltet. Hajime no Ippo, Freunde. Kann ich euch auf jeden Fall jedem empfehlen. Schöne Anime. Hajime no Ippo. Man liegt nichts an mir. By the way. Geil. Little Mag spiel ich auf jeden Fall sofort. Und was hast du für Skins-Apparats? Okay. Oh, okay. Oh, das Swaggy Pink Mag. Den nehmen wir auf jeden Fall. Little Mag. Aber. Okay, jetzt weiter. Gute Frage. Ähm, hier nicht. Hat es hier noch irgendwas? Boah, jetzt übel viele Geister, die einfach nicht genommen haben. Aber sei's drum. Ich würde einfach mal gerne gucken. Wir wollten nach oben gehen, ne? Was ist denn ein blauer Scheiß? Aber das kann doch nicht sein. Ah, da rechts noch jemand nehmen, freien können. Oder was? Ja. Die gehen. Ohle, komm wieder rein! Die, 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 die. Die, 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 die. Ohle. Die, die, die. Die, die, die. Der Mag sieht geil aus. Oh, oh! Wo sind wir? Oh! Lidl Geil Lidl Geil, Freunde Lidl Geil Der hat uns ja gebracht Korrekt? Dann sind wir jetzt doch nicht nach oben, sondern irgendwo unten rechts angelangt Riesenverwaltung von den Gegner Macht nichts Nö Lidl Geil Lidl Meck Richtig geil Lidl Meck, ich glaube da haben sich sehr viele geprägt als Lidl Mag eingeführt wurde damals Auf der Wii U, war der auf der Wii U schon? Ich glaube auf der Wii U Oder? Ich kann mich auf behöchen Oh! Nett! Oh! 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 Schwarziger! Schau! Bereit? No! Oh! Oh! Raus mit dir! So! Oh! Mülltank! Einfach so! Okay. Ok, ok! Diese ist geil! Freunde befreie mich noch für deine Kämpfe hier, Und dann machen wir mal Schuss für diesen Paktorino. Haben wir noch ein bisschen auf jeden Fall. Aber Kamerad hat es schon mal gesagt. Oh, Fiora. Für dich habe ich keine Zeit. Oh, die Zorn. Zielerbade kann ich jetzt, glaube ich. Don Resetti. Wenn ihr Luigi's heulich. Kamerad im Graf Luigi, weil wir gegen Luigi absetzen, ne? Ja. Der Gegner schaut mit einem Hammer. Was? Oh, der Pöner. Ja, ja. Was war das? Fortsetzen! Was ist das? 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 Ja. Bereit? Los! Gewonnen! Gewonnen! Hold on. Okay. Link! Oh mein Gott, wir haben ja Link gar nicht. Den neuen. Oh lol. Einfach in meinen Oberschenkel stecken. Oh. 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 Hex! Link, Freunde. Genau das. Link ist... Oh mein Gott. Mit Link spielen wir auf jeden Fall. Mit Link... Link... Link Main! Nee, aber damals hab ich jetzt sehr oft dünn gespielt. Hä? Nein... Damals hab ich sehr oft dünn gespielt. Ey! Nicht Geister. Geister! Nicht hier rein... Hier, nein! Genau Link 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 PD, genau da Woah, das ist Gott Link aus Majora's Mask Oh, das ist Nettos Link! Link! Freunde, mit Link! Machen wir noch hier die zwei Geister, da haben wir die einmal Fiora Oh, ja, so Xenoblade Chronicles Boah, Xenoblade Chronicles hat so gerne gespielt auf der Wii Aber, Alter, geht das Spiel lang Irgendwann hab ich's einfach vergessen Das Spiel ging so lang, ey Oh mein Gott, aber hat das Spaß gemacht Die Musik erregt mich grad daran Also ist er natürlich von Xenoblade auch Schult! Beim neuen Link, manchmal macht er so seitens Smash, ähm So'n Wirbelstoß und manchmal nicht, ich weiß aber nicht wann genau das passiert und wann nicht Am Anfang kam das, jetzt kam's nicht mehr lange Zeit Was? Oh Link, wie geil! Oh, über Link freue ich mich auf jeden Fall, über Link freue ich mich auf jeden Fall Sehr cool, sehr, sehr cool, Freunde Oh mein Gott! Ja! Geil! Achso, wir machen doch das hier und dann Machen wir da mal einen Stopp Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Aktivitätsleiter Geist Ja, ich denke, sie ist auch quasi für ein Dojo Doppelschwert zum Beispiel... Ja, das me去 ich aber nicht Da kommt noch so ein Sichel irgendwie So'n Wind Slash Was ist das? Dojo? Ein... Achso nee, kann man einkaufen Okay Oh! Das sieht doch aggressiv aus Kung Fu Kong Anyway Freunde, wir haben uns Link geholt, über Link freuen wir auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss zu diesem Part, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, gebt ihr erst ein Like und wir sehen uns das nächste Mal, danke fürs Zusehen, tschau!